Hallo und Herzlich Willkommen auf einem großen Kanal der Lehrfreundacht in der Zeitvergleichs von der Vergebung. Jetzt wählen wir die Demo von Freddy Fazbear. So, Nightmare Legacy. Ich hab den Namen vergessen. Sorry, ich hab den Namen vergessen. Ich hab den Schmutz. 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 Zwei Treffen. Zwei Treffen. Hey, Rebecca. Remember me? We went on a raid last year. Me and Mark, Looks like I got to team up with you again. Es ist so lange. Anyway, you must know about the recent incident, right? Mike Schmidt. I can't believe someone so young can vanish like this. So you were assigned to investigate his old night job. The famous. Or should I say, infamous. Freddy Fazbear Pizza. Where fantasy and fun comes to life, blah blah blah. And where your kids mysteriously disappear. Remember the Bite of 87? Yeah, I guess this franchise will never get away from the press. I got a memo before leaving that was meant for you. But you were busy or something. Goes like this. Ahem. To Rebecca. This is what you must know about the restaurant. The animatronics are never deactivated. So you might have to deal with them. Our only tip is to run and hide. Also don't stay on a spot for too long. Or it gets angry. What kind of a joke is this? Look, just go around the place and see if you can find any clues. I'll call you in an hour. Good luck. I'm going to be a Unity engine. I'm going to be interested. I'm going to be a Unity. I'm going to be a Unity engine engine. I'm going to be a Unity engine. Oh nice. Also Fastpass Nightmare Legacy. Ah, da kann man zoomen. Nice. Door. Springen können wir. Aber gehen tut natürlich nichts in die Hüte, ne? Oh, Cupcake! Mei, hab ich sie scannen. Äh, da liegt doch was. Da liegt die Note. Hier liegt ne Note. Aber wie nehm ich die Note? Ah nein, das ist die Kachel. Die Kachel ist ich. Ich sag Note. Ich voll dab. Aber sonst ist ja nichts außer gewesen. Macht schonmal bitte. Öl? Die ist überwacht. Haaaaaah! Retry! Ja. Danke, es reagiert, zu Holbeine. Aber immer kann man hier rennen. Und hier gab es ja nichts. Äh, jo. Ich kann... Boah, really? Ich kann nicht öffnen, oder was? Äh... Wieso kann ich hier nichts... Ich kann überhaupt nichts anfassen. Das ist ja scheiße, das sag ich ja gleich nicht. Wie gesagt, es ist mit der... Unity... Unity Engine gemacht und... Und überhaupt, obwohl... Ja, ja. Was soll ich dazu noch sagen, ne? Ich mein... Dieser... Jumpscare... Don't run, don't yell, don't scream, don't... Ich hab' den Maul... Ist schon billig gemacht. Das hier mal... Das hier... Einfach nur billig... 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 ich kann auch ich kann auch keine türen zu schließen oder nicht dann machen weil weil ich absolut nicht weiß was wird ich kann springen was bringt bespringen ich bin aus dem spiel draußen hallo ja ich fall oder mal den mond sehen leute das war respers was weiß ich nightmare legacy ich bin irgendwie aus dem spiel draußen kann den himmel anschauen ja wunderbar ne stehe ich hier ich kann mich nicht mehr bewegen ich bedanke mich bei euch fürs zusehen und ich würde mich freuen wenn ihr wieder einschalten werdet auf dem rossi-kanal bewertet euch dieses video schreibt es in die kommentare wenn mich darauf freuen falls ihr gerade überhaupt kopf drücken press halt bei einem ver-subscriber-channel ansonsten genießt das leben enjoy life habt spaß miteinander verhaut sich nicht und bis zum nächsten mal ich sag tschö mit den fingerlinger ruts euer rossi-ordner thank you goodbye und nix wie weg hier tschau